Ich muss mich hier gerade richtig konzentrieren, weil ich halt alleine zocke. Ja, schön, Team, Alter, Huren-Söhne! Hallo, ihr Buggies aus draußen und ganz herzlich willkommen zu Let's Play Survival Games auf dem Server das.mc.de. Wir sind in der Maps Survival Games 4, weil irgendwie wird die hier, glaube ich, immer gespielt. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch gar keine andere Maps drauf. Also es gibt andere, das weiß ich, aber irgendwie wird immer die gespielt. Und ich werde gerade von einem Jungen auf Skype zugeschrieben, der im Unbediener Global World rein möchte. Was für ein Icon hast du? Scheiße, was drauf? Ich verstehe nicht, was der mir damit meint. Ist auf jeden Fall richtig cool, weil er versteht nicht, dass er nicht in Global World rein darf. Ähm, ja, also, ganz komischer Knabe. Also echt, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen, dass es, hm, dass er es nicht versteht, dass er nicht ins Projekt rein darf. Aber okay, ähm, so, jetzt laufen wir mal hier hin. Wir haben bis jetzt noch keine tollen Items, ist ein bisschen doof. Aber, das kommt sicherlich noch. Gut, wir haben ein Schwert, das ist auf jeden Fall schon mal sexy maxi. Gut, jetzt werden wir erstmal ein bisschen Messern gehen. Eigentlich muss ich hier gerade richtig konzentrieren, weil ich halt alleine zocke. Ja, schön, Team, alter Hurensöhne. Ich habe gerade ein Team auseinandergenommen. Lol. Lol, lol, lol. Alter. Boah, yo. Junge. Das war richtig knapp. Okay. Okay, okay. Wir haben gerade ein Team auseinandergelegt. Wie geil ist das? Auseinandergenommen, mal hin, halt. Wie geil ist das, Alter? Boah, ich bin schon richtig von meinem Sterben ausgegangen, Alter. Mir war irgendwie schon klar, nee, das kann gar nicht gut gehen. Und dann, alter. Geil. Geil, 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 okay. Habe ich das alles rausgenommen? Nee, ich stecke es noch nicht. Okay, okay. Man backt hier immer so. Okay, okay, alter, wie viel laufen da hinten lang? Läuft bei denen? Ich hoffe, das ist kein Team. Weil ein Viererteam, ey. Okay, dass ich jetzt das Zweierteam auseinandergenommen habe, das hat mich schon voll überrascht. Also. Gut. Jetzt erstmal wieder hier. Ruhig, beruhigen, konzentrieren. Und die Basis schillen. Okay. Wieder so ein Sprintpack. Alter, auf diesem Server. Ups, gerade mit der Nase gegen mein Popkiller. Willkommen von meinem Mikrofon. Und ey. Ja. Gut, wir laufen weiter. Hier ist es Lauf, 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 Buki, Lauf. Und. Dann. Dann. Hops, Hops, Hops. Hier ist bestimmt eine Kiste unten drin. Alter, wie viel. Also, Essen ist hier auf diesem Server nie ein wirkliches Problem. Obwohl, ich mache hier einen neuen Helm natürlich. Zack. Ich bin ja ein ganz Protz, Boy und Frey. Ohne Spaß, ey. Das war so ein krasser Adrenalinkick gerade, ey. Wow. Trotzdem wäre jetzt ein besserer Schwert mal irgendwann ein bisschen angebracht. So ein Steinschwert oder so. Aber Rüstung ist schon ganz... Habe ich wirklich keine Chesspalten? Ich habe keine Chesspalten. Das ist echt nicht cool. Also, nee. Finde ich jetzt nicht toll. Gibt es irgendwo noch Thron? Da haben wir noch einen Thron. Wenn man vom Teufel spricht. Gut. Gut. Ich glaube, die Kisten werden hier nicht random gespawnt. Finde ich nicht mal so schlecht. Weil irgendwie, man weiß jetzt hier so eine Rute. Man hat die so. Und das läuft. Haben wir da in der Truhe drin? Nee. Schade. Wir haben jetzt einen Steinschwert. Gute Rüstung. Und jetzt läuft von die Firma. Essen haben wir genug. Jetzt hoffe ich einfach nur mal, dass keine Teams hier so... Also, zumindest keine großen Teams. Gut. Also, ich kann einen Tipp euch geben. Gegen Teams, ja. Man kann eigentlich keine richtigen Tipps gegen Teams geben. Weil, ähm... Ja, ein Team ist so schwer zu schlagen. So. Da gehört schon Glück einfach dazu. Da gehört Glück einfach dazu, dass man... Ja, geil. Geil, geil, geil. Stress bleibt. Da gehört unglaublich viel Glück dazu, um ein Team zu töten. Da unten ist wer. Ich hoffe, die töten sich. Weil sonst haben wir da das nächste Team drin. Sieht nicht unbedingt danach aus, als würden die sich töten, ne? Ja, geil, geil, geil. Ja, 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 ja. Ja, Mann, Bitch. Huh. Gut. Das war knapp. Das war knapp. Aber gut. YOLO MOLO. Wir haben ihn verwerstet. Da unten war der Nächste drin, ne? Ja, Mann, Nächsten getötet. Alter, läuft, ey. Läuft. Okay. Das heißt, erstmal hier ein bisschen chillen. Hier drin, Alter. Leder-Sachen weg, Holz-Sachen weg, bla bla. Das kann weg. Kaputte Sachen kommen auch mal weg. Auch wenn es unglaublich... Boah, ich zitter gerade richtig übertrieben, Alter. So, bisschen Items verschwenden. Was? Oh, Deathmatch. Gegen noch einen. Okay. Ja, 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 ja. Ja, Mann. Ja. Ja. Geil, Alter. Geil, geil, geil. Wie viele Kills waren denn das in dieser Runde? Das war ja episch. Geil, geil, geil. Alter, hammergeil. Hammergeil. Leute, ähm, ich feiere das immer noch richtig geil. Die Runde war zwar hammer kurz, aber wir haben ein, zwei Teams auseinandergenommen, wenn das ein Team war. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob das ein Team war. Auf jeden Fall, wir haben, warte mal, wie viele Kills haben wir geholt? Da zwei, das Team, jetzt am Ende, also mindestens fünf Kills. Ich weiß nicht, ob ich jetzt jemanden vergessen habe, aber trotzdem, hammer, geil. Wir sehen uns in der nächsten Runde, die müsste jetzt irgendwann so die nächsten Tage kommen. Morgen kommt Glow World und ich wünsche euch natürlich ein wunderschönes neues Jahr. Heute ist ja der erste, erste Jahr 2014. Das habe ich vergessen am Anfang zu sagen und ja, weil ich im Voraus ein bisschen produziere, aber das fällt mir jetzt ein und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und schön, wenn du abo nicht vergessen und liken und kommentieren und dann blablabla. Bis dann und bye, bye.